Hallo Mädels! Unglaublich, aber eure Handfläche sagt euch genau, was für ein Typ ihr seid. Es gibt ja schon seit Jahrtausenden Menschen und Astrologen, die aus den Handflächen lesen können und angeblich euer Schicksal vorhersagen. Aber ob man daran glaubt, ist eine andere Frage. Nun bekommt ihr die Chance, eure Handflächen selber zu lesen und zu sagen, ob es auf euren Charakter zutrifft. Dafür müsst ihr eure Handflächen anschauen. Nehmt die Hand, welche dominant ist, also mit der ihr schreibt oder arbeitet. Wenn ihr euch die Linien in der Handinnenfläche anschaut, seht ihr unterschiedliche Linien. In diesem Video konzentrieren wir uns aber nur auf die Herzlinie, denn diese verrät, was für ein Gefühlsmensch ihr seid. Konzentriert euch jetzt auf die Herzlinie, die unterschiedliche Ausprägungen haben kann. Hier sind die einzelnen Typen. Vergleich das mit deiner Hand. Findet eure Linie und liest den jeweiligen Typ dazu. Typ A. Die Herzlinie endet direkt am Mittelfinger. Diese Personen sind Alphatiere. Sie treffen sehr gerne Entscheidungen und das fällt ihnen sehr leicht. Des Weiteren sind sie engagiert, gerne unabhängig und intelligent. Typ B. Die Herzlinie endet zwischen Mittelfinger und Zeigefinger. Diese Menschen sind sehr nett und anständig. Wenn es um Entscheidungen geht, zögern sie eher und lieben die Gewohnheit. Sie haben einen guten Menschenverstand und sind stets ehrlich. Typ C. Die Herzlinie endet unter dem Zeigefinger. Sie haben fast die gleichen Eigenschaften wie Typ A, dennoch sind sie eher der Beziehungsmensch. Typ D. Die Herzlinie endet zwischen Zeigefinger und Daumen. Diese Menschen sind sehr geduldig und fürsorglich. Anderen gegenüber. Sie haben ein liebenswertes Herz und helfen Freunden immer gerne. Und was für ein Typ seid ihr? Typ D. Die Herzlinie endet zwischen Zeigefinger und Daumen.